Hallo Steiner Welt, hier ist der Steinrabe in meinem 15. Stadtupdate. Heute will ich mich um zwei Sachen kümmern. Das eine ist die Inneneinrichtung von der Sojapresse. Ein, zwei, drei Stockwerke werden wir sehen, wie viel ich schaffe. Und das zweite, was ich machen will, ist hier ein Modul vorne dran bauen. In der Stadt ist hier ja die Brücke und die geht bis hier runter. Oder hier, wenn nicht sogar hier, ich weiß gar nicht, dort, nee, müsste hier sein. Und diese Mauer ist viel zu nah dran an der Brücke, von daher werde ich hier ein weiteres 20 auf 60 Modul anfügen. Und das werde ich heute vorbereiten, mit dem fange ich auch an. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Die Unterkonstruktion habe ich fertig gebaut. Ich will euch die nochmal so offen zeigen, wie sie hier da ist. Da ich das ja bei der Sojapresse aus Versehen gelöscht hatte. Nur damit ihr seht, wie der Fluss zustande kommt. Hier mit einer Schicht blau, einer Schicht unsichtbar. Dann kommen oben noch die dunkelblauen Transdark Blue Fliesen oben drüber. Das hier wird auch zugemacht, das ist relativ schnell passiert. Ja, ich werde hier nicht alles grau machen. Hier werde ich so einen Weg Richtung Straße bauen. Und das hier werde ich so ein bisschen Parkanlagen, Bäume mäßig bauen. Und ich werde nicht pure Natur machen, wie hier ist ja die Brücke auf der anderen Seite von der Brücke, wo es zum Reisfeld hingeht. Sondern ich werde das ein bisschen strukturierter machen, aber trotzdem hier so zwei, drei Bäume hin machen. Ich habe eine neue Baumtechnik, die will ich ausprobieren. Und bevor ich zu viel rede, baue ich weiter und zeige euch lieber die Ergebnisse. Da sich der ein oder andere von euch für die Bautechnik interessiert, die ich verwende, will ich euch etwas zeigen, was ganz interessant ist oder was dem ein oder anderen helfen kann. Und zwar geht es um folgendes. Hier in diese runden Abgrenzungen will ich zwei Bäume einbauen, die hier auf diese Fläche kommen. Und diese Abgrenzungen haben eine Grundfläche von 8x8 Noppen. Natürlich als Kreis. Und schließen eine viereckige Fläche von 4x4 Noppen ein. Die Bäume aber, wie ich es im letzten Cut gesagt habe, brauchen eine Halterung, die 3x3 Noppen groß ist. Damit in der Mitte eine Noppe oder ein Brick eine Noppe Platz frei ist. Und wenn man diese Jumperplates nimmt, bekommt man genau das. Man schafft es, zentriert auf eine 4x4 Fläche eine 3x3 Fläche aufzubringen. Und hier, was ich gemacht habe, ist das gleiche. Ich habe nur den Platz ein bisschen ausgenutzt. Und so sieht das Ganze danach aus. Das wollte ich euch nur kurz zeigen und jetzt werde ich weiterbauen. Wie ihr seht, gibt es einige Fortschritte an diesem kleinen Park hin zu der Sojapresse. Ich habe das Ganze begrünt. Ich habe kleine Bänke eingebaut. Ich habe ein bisschen Weg modelliert. Habe mir gedacht, vor den Bänken ist ja immer so ein bisschen ausgetretene Erde, weil sich dort viele Menschen aufhalten. Habe das versucht so ein bisschen zu modellieren. Den Weg hin zur Tür. Hier mit einem Geländer. Das fand ich eigentlich auch. Hier sieht man sehr schön, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Habe das hier auch wieder wiederholt. Habe verschiedene Stilelemente wiederholt. Die Bäume sind... Also drei Bäume sind fertig. Hier fehlt einer. Ganz einfach aus dem Grund. Mir fehlen diese Blätter. Ich habe ein bisschen, ja, Figuren aufgebaut. Hier zwei Stadtwachen, die Richtung Schmiede und Übungsplatz schauen. Hier ein Soldat, keine Ahnung was der sucht. Hier ein Mann, der ein bisschen relaxt. Hier ein Paar, der Richtung Sojapresse zum Essen geht. Ansonsten habe ich hier noch Geländer gebaut. Habe mir überlegt, wie ich das Muster machen könnte. Das ist jetzt nur eine Demo. Ob es so wird oder nicht, weiß ich nicht. Das zu dem kleinen Vorhof und zu dem Fortschritt, das ich gemacht habe. Ich finde diese Bäume echt cool. Das Einzige, was noch ein bisschen verbessert werden müsste, wenn hier oben was raussteht, dass man das noch verkleidet. Da muss ich, sobald ich mehr Blätter habe, noch was machen. Heute kam auch ein kleines Paket. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich mache hier erst noch ein bisschen Platz und dann zeige ich euch, was in dem Paket kam. Ich habe an den Sojapressen eine kleine Änderung vorgenommen. Und zwar hier, diese weiße Schicht soll eigentlich darstellen, dass hier das Soja rauskommt und hier über diesen Ablauf in den Eimer hier unten reinkommt. Aber das war mir zu breit. Das sind fast 180 Grad von diesem Kreis. Das sind weiß und das hat mir nicht so gefallen. Da habe ich eine Möglichkeit gesucht, wie kann ich es 90 Grad drehen, dass ich quasi nur hier ein Viertel der Fläche mit einem weißen Stein besetzen muss. Und die Idee oder die Lösung kam mir. Ich habe hier auf diese Eckteile eine Schicht Platten gesetzt, beziehungsweise Fliesen. Und hier in die Mitte eine Fliese mit einem Stud in der Mitte. Und so habe ich jetzt eine Auflagefläche, wo ich das hier anstatt gerade um 90 Grad gedreht draufsetzen kann. Das Oberteil drauf. Und so finde ich, sieht es gleich viel besser aus. Die Pressen sind eingebaut, sehen auch ganz gut aus. In der Mitte ist eine, wo nichts gepresst wird, steht auch kein Eimer davor. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, das Erdgeschoss, der Laden ist fertig. Hier verschiedene Kisten mit Soja, wo man sich Dinge abschneiden kann. Hier fermentiertes Soja. Ich hätte gerne so eine Metzgeraxt oder so ein Metzgermesser gehabt, aber leider hatte ich nur eine Axt, um hier zu zeigen, dass man hier mit so einem Gerät das Zeug auseinandernehmen kann und portionieren kann. Und dann habe ich, den zeige ich euch, weil es vom Winkel nicht herklappt, noch so einen kleinen Schrank in den Hintergrund gebaut, in dem, keine Ahnung, alle möglichen Dinge drin sein können, die der Laden auch noch verkäuft. Vielleicht irgendwelche Papiertütchen, die es damals schon gab, um das Ganze abzupacken. Vielleicht irgendwelche Tees, die zusätzlich noch verkauft werden. Was auch immer. So, ein bisschen Vorratshaltung. Hier geht es dann die Treppe hoch. Figuren habe ich derzeit noch keine, die ich da reinstellen könnte. Ich muss mir noch überlegen, was ich mache. Aber ich denke, das werde ich in einem Rutsch machen, das ganze Ding ein bisschen zu beleben. Von daher bin ich heute fertig mit dem Bauen. Ich kann euch wieder keine Übersicht über die Stadt zeigen, aber als letzten Take werde ich euch etwas anderes zeigen. Denn ich habe mein Platzproblem quasi gelöst. Hier seht ihr die Lösung von meinem Platzproblem. Ich bin umgezogen vom Esstisch auf einen eigenen Tisch, wobei das tatsächlich nur die Hälfte ist. Mein Vater und ich, wir sind unter die Schreine gegangen, haben diesen Tisch gebaut, bauen eine zweite Hälfte des Tisches, der hier noch hinkommt. Das heißt, wir werden knapp dreimal so viel Platz haben, denke ich, wie vorher. An der dicksten Stelle war der Esstisch circa so dick. Und ja, um das Ganze aufzubauen, waren quasi alle Teile, hatten ein bisschen Überhang. Und jetzt haben wir ohne Überhang trotzdem nochmal 30 Noppen mehr Platz wie vorher. In der Breite, in der Länge noch mehr. Der Tisch hier wird, glaube ich, so 1,55 auf 2,90 groß werden. Knapp 5 Quadratmeter, 4,5, nur für die chinesische Stadt. So, und dann haben wir uns auch noch hier was überlegt. Einen kleinen ausziehbaren Tisch, auf dem ich dann bauen kann. Das heißt, ich werde auch zum ersten Mal da bauen, wo ich die Stadt gleich direkt sehen kann. Ich glaube, das ist auch von Vorteil. Dann ist der Platz hier größer. Ich habe mehr Platz zu bauen, ich habe mehr Platz zum Ausstellen. Ich freue mich. Ja, das war's mit meinem Video heute. Sollte es euch interessieren, wie dieser Tisch gebaut wurde, wir hatten ein bisschen Videomaterial, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich ein Video zusammenstellen vom Bau des Tisches. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und, ja, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Video.